Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Kronen Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Heute geht es um die Herausforderung Salamander besiegen. Das ist eine ungewöhnliche Herausforderung, die uns 40 EPs bringt. Zehn Stück müssen wir besiegen und zwar bin ich aktuell hier. Das ist an der Grenze zwischen L und M, also mehr nach M rein und in der Mitte ungefähr von 10. Das ist in der Nähe grob, wo Heiligtum der Schlangenmenschen ist. Und hier habt ihr diese wundervolle kleine, ja nicht Insel, sondern diesen wundervollen kleinen See. Und da seht ihr überall diese richtigen Kirchen hier und das sind die Salamander, die wir suchen. Das heißt, ihr lauft jetzt einfach einmal so um den See herum bzw. es sind ja quasi zwei Seen. Der hier, der wird euch böse Schaden machen. Den solltet ihr entweder umgehen oder ja, tatsächlich auslöschen, wenn ihr es könnt. Und hier liegt dann noch einmal ein Salamander rum. Da ist nochmal ein Salamander. Und ich glaube, einer ist hier gerade aufgeschreckt worden wegen dem, genau. Da war nochmal ein Salamander. Ähm, das war ein Luchs. Dann, ich glaube, du bist schon tot, oder? Ja, dich hatten wir gerade. Dann können wir einmal hier rumlaufen. Da hinten kommen dann auch wieder ein paar. Da hinten ist dann auch nochmal so ein großer Klops. Wie gesagt, bei dem immer gut aufpassen, dass ihr nicht zu nah rangeht. Oder natürlich ihn erledigen, solange ihr es könnt. So, dann haben wir sieben Stück bisher gefunden. Hier ist nochmal ein Luchs. Die sind allerdings nicht so schwer im Vergleich wie der große. So, da ist nochmal einer, der hier rumläuft. Und es haben sich bestimmt irgendwo auch noch zwei versteckt, die ich jetzt so gerade auf Anhieb nicht gesehen habe. Also da könnt ihr dann gerne mal noch eine Runde machen und nochmal genau in allen Ecken schauen, wo eventuell noch einer sein könnte. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz kurz außen rum. Aber da sind nur Luchse, so wie es aussieht. Also hier komplett außen rum findet ihr anscheinend kein Leguan mehr. Ne, hier ist das Ganze jetzt zu Ende. Ja, ich hoffe, dass das Video euch weiterhelfen konnte. Wenn ja, dann könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben und ihr dürft natürlich auch gerne meine anderen Konen-Herausforderungs-Videos angucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.